Hallo liebe Überträger, ich spritze hier der Bauerhausen. Ich muss da meine Eiweissärze spritzen gegen Unkraut, aber auch ein Insektizid gegen den Blattrandkäfer, der da in meinem Feld eingefallen ist. Ich habe hier das Mittel Talstar und werde da ein Deziliter pro Hektar Talstar zum Unkrautmittel dazugeben. Und in der Schweiz ist das so, ich darf das, aber ich muss da vorgängig eine Sonnenbewilligung einholen. Und das habe ich gemacht. Und jetzt darf ich da den Blattrandkäfer bekämpfen. Weiter habe ich da ein Mittel, Thetiametalin heisst das, wegen Unkraut. Und das Wasserkran wird erdechter einsetzen.